Ja, da bin sie. Ja, guten Morgen, das ist meine Tour hier bei den Kranichen in der Nähe von Karlau, Lübbenau zum Einbau der Luftfederung. Ja, herrliche Natur, jetzt starten sie. Herrliche Natur, Rehe, Hasen ganz viele. Ja, das soll es erst mal gewesen sein. So, hier sind tatsächlich Forellen drin. Aber was für welche Riesendinger, in ganz flachen Wasser. Perfektes Silvester. So, Lübbenau angekommen, 22 Kilometer. Jetzt ist Time vor Frühstück. Herrlich hier. So, mittlerweile 33 Kilometer. Herrlich hier Spreewald. Der Erlenwald. Und ich bin immer noch ganz alleine. Doch, eine Familie ist mir entgegengekommen. So, kurze Gewitterpause. Regnet nicht, aber es blitzt und donnert. Die Tour wird angepasst. Genau über mir. Da ist das Ende. So, noch schöneres Licht. Ist donnernd und donnert. In allem im Ford. Ab und zu fällt ein Auto vorbei. Herrlich. So, noch nicht. So, noch mal. So, noch mal. So. So. Vielen Dank.